2.200 Meter, was kann man da besseres machen als maximal liegisches Challenge. Servus Leute, mein Name ist Paul Seidner und willkommen aus dem Skiurlaub. Ich nehme euch wieder einen Tag mit, es wird ein geiler Vlog, viel Spaß dabei. Da draußen sieht es auf jeden Fall ziemlich entspannt aus, muss man schon sagen. Nicht schlecht, aber es liegt ein bisschen wenig Schnee hier auf den Bergen. Das ist hier übrigens mein Zimmer, ich habe sogar mein eigenes Reich. Weil ich sagen muss, dass ich der Astrofamilie bin, der am meisten schnacht und deshalb hier separiert wurde, um niemanden irgendwie beim Schlafen zu stören. Stört mich natürlich auch nicht, aber ist trotzdem nicht so geil für die anderen. Hier ist das Thema von zwei anderen Brüdern, einer davon schläft noch. Ansonsten hier unser Sprügel, hier ein paar kleinere. Ein paar Zimmer hätten wir auch am Start, da haben wir sogar eine Infrarotkabine. Richtig neis, schon gestern ausgetestet. Ansonsten hier ein klassisches Bar, relativ modern und eine geile Dusche. Zwischendurch die kalte Dusche hier ist sowas von kalt, das ist nicht normal. Ansonsten hier Küchenbereich, David ist schon am meal prepen. Denn für uns geht es heute nicht hier in das Skigebiet, wir sind nämlich direkt vor dem Skigebiet, sondern 50 Minuten weiter entfernt und da muss man natürlich ordentlich Essen mit. Weil ich habe schon gemerkt, auf den Skihütten ist eher ein bisschen Krise, was veganes Essen angeht. Da kriegt man also höchstens Ofenkartoffeln und ein bisschen Gemüse. Aber irgendwie müssen die Proteins ja auch rein. Da sind wir hier aber Gott sei Dank auch ganz gut versorgt. Auch ordentlich Protein, Nudeln am Stadion, natürlich auch Oreo-Muesli. Und, was ich auch mit vielen anderen habe, gemixte Haferfloppen. Denn wir zaubern uns hier jeden Tag mit Balladenbrot. So sieht David sein aus. Hier im Kühlschrank habe ich meins, plus hier saftige Nudeln mit Gemüse. Vieler Delfia, plus Schinken, plus Käse sind natürlich nichts von mir. Ansonsten, wir haben jetzt übrigens erst 7.34 Uhr. Also auch recht ungewohnt für mich, so früh wach zu sein. Aber für das Skifahren kann man es machen. Gestern wurde das Stretching geskippt, heute wird es nicht. Deshalb ein bisschen am Bett dehnen. Bisschen Spagat, bisschen Ausfallschritte, bisschen kurz machen. Weil ich muss sagen, das Skifahren klingt schon gut rein. Heute ist übrigens Tag 3. Morgen fahren wir auch schon wieder zurück. Aber ansonsten schauen wir mal, was heute so geht. Wir fahren dann wie gesagt 50 Minuten mit dem Auto in ein anderes Skigebiet. Und ich würde sagen, wir checken los und ballern langsam. Das ist übrigens mein Outfit, einfach ein Unterzieht-T-Shirt. Bisschen so ein Thermo-T-Shirt, dann ein normales. Hier eine lange Hose, da kommt die Skihose drüber. Da drüber kommt noch Rückenprotektor, Pullover und Skijacke. Und gestern hat es leider die EAS zerfetzt, aber Gott sei Dank kann man die trotzdem noch benutzen. Jetzt muss ich die halt schon zuhause abfüllen. Deshalb gehe ich in die Flasche, da ist schon Essen vorbereitet. Natürlich auch nicht Protein-Bars für den Jungen her. Ansonsten hier natürlich Kuchen plus Hauptmahlzeiten. Wasser ist auch gewünscht am Start. Und jetzt geht's ab. Ihr wisst so Recher kennt's, da ist mein Skikiller. Bisschen Skiraum. Die auch da 40er Snowboard-Schuhe sind am Start. Genauso wie der Snowboard. Ich kaufe mir übrigens nie Snowboard oder Snowboard-Schuhe. Weil ich einfach flexibler bin für den Ort. Nicht immer Snowboard mitnehmen muss, weil ich auch mal nicht aufs Auto angewiesen bin. Und so einfach deutsch flexibler bin. Klar, es ist vielleicht dann im Endeffekt günstiger, wenn man sich selber was kauft. Aber es ist im Endeffekt mehr Aufwand. Für mich zumindest. Oh yes, absolutes Kaiserwetter. Parkplatz wurde direkt gefunden, auch wenn es jetzt ein bisschen Schnee gefahrbar war. Aber was soll's. Jetzt können wir rauf auf die Biesten-Rena. Und ihr seht, sogar mit Sitzhaltung. Also heute ist Special Service. wofür ist ein Charity. Und entspanne dir. Komm dich das Sitz-Nexie. Komm dich da hinterher mit. Hhhh! Hhh! Hh! 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 Yeah, buddy! Nice, bruh! So, 11 Uhr, es ist Zeit für die erste Pause und endlich mal frisch, ich habe nämlich noch nichts gegessen. Hier habe ich euch schon vorher gezeigt, schönes Balanenbrot gezaubert, sieht zwar ein bisschen hart aus, ist aber genauso wie ich es haben will. Dazu gibt es R.A.s, die sind mir ja gestern aufgegangen, deshalb ist noch ein bisschen Restpulver im Rucksack drin, weil David gibt es auch noch mal einen kleinen Kuchen, der hat aber schon frisch gegessen. Ja Leute, Alter, 2200 Meter, was kann man da besseres machen als maximal Liegestütz-Challenge, genau was wir jetzt machen, schaut wie viele Grips, ach du Scheiße, spuck ich ab, ich hier wachen kann und ist damit dabei, ich kann dir fast nicht versprechen, jetzt ab nochmal, ok, let's go. Das ist übrigens minus 10 Grad, falls ihr es fragt, was ich nicht alles für euch mache, also dieses Video ist mir jedenfalls ein Like verdient, weil hier ist einfach unaufgegangen, ein paar Liegestütz rauszuballern, ich weiß, ich bin das den letzten Tag, eigentlich so ein Tränen gewesen, aber es erfordert schon ein bisschen Anstrengung, erzähl doch mal, wie viele ich überhaupt anhabe, es ist auch so richtig klingt. Los geht's los. Los geht's los. Los geht's los. Los geht's los. 50. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Aber ist auf jeden Fall ok. Jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter. Jetzt wollen wir es. Verschnellt. Ja, das ist jetzt perfekt. Die Schuhe wurden auch umgezogen. Jetzt erst mal da zurück rauf fahren. Skifahren wäre direkt, war auch richtig nice wieder. Bisschen eisig, bisschen mogellig, aber ansonsten... Gut, ich merke, ich kann nicht mal richtig reden, weil der Mond in den Zug gefahren ist. Aber ja, es wird spannend. Da geht es mal als Risiko eingeben, keine Schneeketten drauf. Mal schauen, ob wir da hochkommen. Jetzt kann da auch eine starke Kurve ein. Ja, das schaut gut aus da. Tschülig, jetzt habe ich erstmal Hunger. Wir fahren nach Hause, 50 Minuten Fahrt vor uns. Sehen wir es gleich wieder, gell? Bis dann. Okay, wieder daheim und ich merke gerade, mein Gesicht ist ein bisschen rot geworden. Vielleicht wird das bräune, aber jetzt erst mal ein kleiner Sonnenbrand. Oder irgendwie nur die Kälte kann, was auch immer. Ansonsten gibt es jetzt erstmal eine gute Mahlzeit, habe ich mir gestern vorbereitet. Wir haben leider keine Waage hier, weil ich die in Wien vergessen habe. Aber es macht nichts. Ich habe das alles mit dem Whey-Scoop abgemessen. Das ist mir das meiste geschätzt. So circa 200 Gramm Bohlen-Nudeln, also Protein-Nudeln. 100 Gramm Vollkorn-Nudeln. 200 Gramm Kinderbohlen. Ein bisschen Gemüse, einfach so 400-500 Gramm. Und dann noch 70 bis 80 Gramm Sohle-Karbonat. Bisschen Ketchup. Und dann haben wir, ja, ich glaube sogar knappe 100 Gramm Protein. Ordentlich Kalorien, das habe ich mir eigentlich mitgenommen, um es auf der Piste zu essen. Aber dann fühle ich mich irgendwie ein bisschen träge und habe da nichts mehr so Bock zu fahren. Und ich hatte jetzt eh nicht so Hunger. War noch vor meinem Anbrot gesättigt. Deshalb passt es ganz gut jetzt um 16.30 Uhr zu essen. Und dann danach nochmal eine Mahlzeit um 19.30 Uhr. Dann habe ich alle Kalorien drin. Oh yes, Freunde. Mich zerlegt es wieder mal komplett. Kleinen Verdauungsaunagang. Bisschen, äh. Ist das Rotlicht? Ne, nicht Rotlicht. Irgendwas Rotlicht. Das ist auf jeden Fall nicht so krass wie eine Sauna. Aber man schwitzt auch echt gut. Das ist ja richtig angenehm. Man sieht mein Gesicht. Quillt schon langsam an und schwitzt an. Die Adern kommen hoffentlich auch gleich nochmal krasser raus. Der Pump. Uiuiui. Der stimmt auf jeden Fall. Genauso ist das an. Hier wird ein bisschen regeneriert. Vom Skitag danach fühle ich mich eigentlich immer fitter. Vorher bin ich hier einfach fast eingepennt. Auch in Miami bin ich in der Sauna einfach reingeschlafen. Was natürlich nicht so geil ist. Aber ich wache da meistens kurz danach wieder auf. Hier habe ich nur so ein bisschen mit Augen zu ausgeruht. War auch nur kurz. Einzige was mir hier steht, dass man hier wirklich 30 Minuten drinsitzen muss. Bis man dann so ein bisschen schwitzt. Aber erst richtig geil danach. Schöne kalte Dusche gönnen und dann bin ich wieder hoffentlich ein bisschen fitter. Okay. Regeneration wurde auf jeden Fall vorangetrieben. Jetzt geht es noch kurz essen mit der Family. Auch wenn ich die Speisekarte schon gesehen habe und weiß, dass es da nicht so viel Geiles gibt. Außer einem Veggie-Burger. Aber ich weiß nicht, ob das Brot vegan ist oder das Patty vegan. Ich weiß, dass Käse drin ist. Den kann man aber typisch rauslassen. Mal schauen, ob ich dann was esse oder dann wieder hier esse. Ansonsten schauen wir erstmal hin und checken ab, ob die irgendwas gibt. Also meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet, das Burger Patty, also der gesamte Burger, war nicht vegan. Was soll's? Ich habe mir jetzt einfach Gemüse mit Ofenkartoffeln bestellt. Hatte ich auch schon letztens auf der Hütte. Hier. Hatte ich auch schon letztens auf der Hütte. Schmeckt ganz gut. Hat zwar auch nicht fett, aber ich habe mir noch auch nicht was frei. Deshalb passt schon. Dann esse ich einfach zu Hause noch ein bisschen was. Oder ein bisschen viel was. Back at home und es wird direkt vorbereitet. Der Ofen wurde aufgedreht, denn es ist wieder Zeit für ein saftiges Bananbrot. Ich habe ja schon gesagt, die Waage wurde vergessen. Deshalb alles mit dem No Way Scoop. Hier kommt der Scoop Nummer 10. Hat genau 15 Gramm. Das heißt 150 Gramm Haferflocken. 40 Gramm No Way Pro mit knapp 80 Gramm Eiweiß. Also nicht knapp, sondern genau 80 Gramm Eiweiß. Einfach mal 3 Gramm Leuzin-Proportionen pro 30 Gramm. Das heißt mehr als viele Whey-Proteine. Dann kommt noch No Way Bananenbett rein. Ebenfalls neu rausgekommen. Eine absolut geile Kombination mit dem No Way Pro Chocolate. Absolut krank im Banankuchen. Hat eine geile Konsistenz. Hat einen geilen Geschmack. Und natürlich ordentlich Protein. Nutzt unbedingt jetzt die Chance. Gönnt euch den neuesten Proteinbruch von Rocker. Wie gesagt, No Way Pro. Derzeit absolut favorit. Trinke ich eigentlich jeden Tag. Egal ob im Shake, im Poach. Whatever. Ist einfach ein bisschen dünnflüssiger. Und No Way hat da ein bisschen dickflüssiger Konsistenz. Also ich rede so schnell, ich weiß. Aber die Energie schiebt, der Hunger schiebt. Hat eben ein bisschen dickflüssiger Konsistenz. Etwas weniger Protein. Dafür mehr Ballaststoff. Das heißt höhere Sättigung. Fass euch auf Diätbefindung. Eigentlich optimal. Und ich benutze es einfach nochmal gern, um die Konsistenz nach oben zu schrauben. Nicht vergessen, noch ein gratisches Dusse von Top. Egal was ihr euch bestellt. Ab 25 Euro. Nur über den Link in der Beschreibung. Ansonsten wird hier schon Wasser aufgesetzt. Denn gleich werden noch ein paar Nudeln gekocht für morgen. Denn morgen müssen wir auch um 10 in der Früh raus. Da bin ich ja gut vorbereitet. Alle Lebensmittel halbwegs gut verbrauchen. Deshalb ein paar Nudelchen. Ein bisschen Gemüse. Ein bisschen Soja. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen was anderes essen. Wie gesagt, die Kartoffeln plus Gemüse waren ein bisschen wenig. Vor allem Protein muss noch rein. Jetzt ist es soweit. Bananenkuchen ist im Backofen. Und hier habe ich ein modernes Wurstbrot. Einfach mal Toast. Mit Räuchertofo. Ein bisschen Ketchup drauf. Tomaten. Zauere Gurken. Und hier ein bisschen Soja. Joghurt plus Obst. Einen Apfel gibt es. Und auf eine Sache freue ich mich ganz besonders. Und zwar hier einmal zugreifen. Und dann wird sich an der Waybar Joker gönnt. Am anderen Ende ist die junge Dame dran. Und chillt hier ein bisschen auf meinem Teppich. Absolute Frechheit. Und trägt meine Klamotten. Schläft in meinem Bett. Sie sagt, das stimmt nicht. Aber es stimmt. Aber ja, morgen sehen wir uns wieder. Damit sind wir beide wieder back in Wien. Das war es erstmal von mir aus dem Schiro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich gebe mir jetzt den saftigen Riegel. Darauf freue ich mich den ganzen Tag. Habe ich noch oft kommen. Damit ich noch ein paar Calories offen habe. Vielleicht esse ich auch zwei. Oder drei. Oder vier. Aber ansonsten. Check die Link in der Beschreibung ab. Für jeden Tag ist es los. Ab 25 Euro. Und die geilsten Subs. Das war es von mir aus dem Urlaub. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass gerne einen Like da. Aber nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.